Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege Ranked. Und zwar haben wir heute die neue Season am Start. Und ich habe natürlich, wie immer, mir einen Freund rangeholt. Hier, ihr seht schon, Valle ist am Start. Und, naja, wir haben heute drei Maps zur Auswahl. Und Valle ist anscheinend sehr leise. Nein. Hallo. Ah, der Typ, Alter. Ne, ne, auf jeden Fall, naja. Ihr seht schon, neue Season heißt nicht neue Bans. Oregon, wie immer. Man kennt's. Wäre zu schön gewesen, wenn man was anderes spielen könnte. Aber, naja, Prediction, es wird Clash. Was haben wir dann noch? Auf jeden Fall Jekyll. Jetzt, wir, Bans Hatcher, das zählt nicht. Und, ja, das war's. Prediction, save. Lol. Der eine hat einfach komplett vergessen, dass er Dings, weil, ähm, Dings, gereworkt wurde. Oregon gereworkt wurde. Digga, der ist so aus von 2015. Ja, er war lost. Achso, und nur für die Leute, die sich wundern, wo mein Tracker ist, geht nicht, weil Season, der funktioniert ja sowieso frühestens ne Runde vor, äh, ne Runde vorher, genau. Ne Woche nachher. Und ansonsten bei uns, das Team sieht recht gut aus. Und Florus. Achso, ja stimmt, den hab ich vergessen. Ja, stimmt, Florus. Stimmt. Wir haben ne neuen Operator. Was hab ich überhaupt gedacht? Ich hätte den prädigten sollen, also wirklich. Stimmt, was hab ich mir gedacht? Wir haben ne neuen Operator. Ja, kein Schwein kennt ihn. Also, obwohl... Ja. Ich meine, wobei doch. Bei Aroni war's auch so. Och Gott. Och Gott, guck dir mal die letzten beiden im Gegner-Team an. Äh, ich prädig... Och Gott. Du prädiktest bei unserem Ding. Ja, genau, genau das. Der wollte gerade, ähm, Kev. Aber ein... Melusi ist auch ein guter Trick. Hallo, Clash passt easy. Melusi stimmt, Melusi ist ein guter Trick. Nur Melusi bringt wenigstens... Macht irgendwie Sinn, finde ich noch. Also, es macht mehr Sinn als die meisten anderen Standard-Bands. Ja, auf der Map, weil ich will die... Ich hasse die. Ja. Auf der Map macht das sogar noch Sinn. Weil hier gibt's ja auch sämtliche Spots und so. Wo man die gut spielen kann. Die ist ja recht eng gestaltet. Ähm... Basement oder oben? Basement. Ja, komm. Basement. Das ist ja wieder dein Smoke-Shield. Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen. Du mit deinem Smoke-Shield. Wollte ich gerade machen. Warte mal, habe ich noch irgendwen anders, mit dem ich da Shield spielen kann? Gibt's da irgendwen vernünftiges, den man spielen kann? Hat Chanka ein Schild gehabt? Nee. Ähm... Wer hat da noch ein Schild? So ein schönes. Okay. Ich konnte Frost spielen, aber die passt da nicht. Ja, hier auf Park of Mossy. Also wirklich. Ach komm, ich nehme Frost. Bruder, das war Klaus. Ich nehme Frost, ganz ehrlich. Ich bin so selten, Mossy, obwohl... Er ist gut, ja, aber... Ganz ehrlich, ich vermisse immer noch seine Shot. Ganz ehrlich. Ich bin nie wieder zurück. Der kann das Ding schon mal vergessen. Ja, der kann das Ding vergessen, aber es ist so traurig. Ich wollte ihn verstehen, ich sehe immer wieder Leute im Forum, die wollen Buff für ihn, aber ich sehe keinen Buff. Also... Er braucht keinen, sagen wir so. Ich sehe keinen Buff. Ja. Da sagen wir mal so, er braucht auf jeden Fall keinen Buff, aber... Was willst du bei ihm machen? Ich meine, die sagen, dass er halt einen Buff bekommen, aber ich sehe keine Vorschläge oder... Äh... Ah, fuck, ich hätte Wamei oder Jäger nehmen müssen. Fuck. Ja gut, okay, passt. Und der Smoke hat genau das gleiche vor wie ich. Kannst du bitte Mabak 5 aufmachen? Was? Bitte, bitte. Before Panarin... Jo, jo, nein. Hallo, wir sind hier in Ranked, hier rüht, vorst du niemals sowas. Ganz ehrlich, das kannst du dir vorstellen. Nur für die Leute, die es nicht wissen, mein Kollege hat nicht so viel Ranked-Erfahrung, deswegen... Naja. Falls du ein bisschen lost teilweise ist, alles gut. Ich höre hier eine Drohne, aber ich sehe... Also wenn du hier irgendwie eine Drohne siehst, dann geht es einfach und ich hole mir das Ding. Ja, voll. Stimmt ja, du warst ja Mosi. Da war ja was. Und vor allem, ich bin auch schlau. Ich habe noch keinen einzigen Frost-Trip gesetzt. Ich höre die ganze Drohne, aber ich sehe keine. Oh, nee, hier ist eine Kapkan-Trap. Alter, wo soll ich meine Frost-Trip packen? Wenn das eine Drohne ist, dann ist das eine wirklich gute. Oder sie wurde schon weggeschossen. Ähm... Klatschen wird... Aber wir haben die Mute, aber wir haben die Mute, eine gute Combo. Ja, und ich habe immer noch keinen Plan, wo ich meine Frost-Trips hin klatschen soll. Behältst du eigentlich deine Pests immer oder tust du sie, äh... Nee, ich deploy die... Wie im Mute, theoretisch. Ich habe jetzt immer noch alle drei. Alter, ich habe die größten random... Ich habe die random Frost-Trips des R-1000. Nee, setz die wie in die Mute an, das ist am effektivsten. Oh, man. IQ in Freezer. In Freezer? Ja, in Freezer. Close. Die ist down. Ja, okay, die ist down, ja. Nur, unser Team scheint auf Colts zu reagieren. Ich halte hinten Big Tower ein bisschen, die Cam. Was soll ich da zum... Jackal Big Tower. Oh, Big Tower. Ja, da kommt Big Tower gleich die Stairs runter wahrscheinlich. Ja, danke. Wo? What the fuck? Oh, shit! Über die, also einfach headshot. Lol. Ja, das wurde... Ja, nice warning. Bei mir kam das Sound, als wäre das zerschossen worden. Ja, der war... Oh, der... Ah, Freezer. 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 Wale, geh keine Camps checken, wenn du oben noch lebst. Zumindest nicht, wenn drei Leute tot sind. Der ist immer noch Freezer. Macht die... Will die Wand aufmachen. Hat es aber nur angetäuscht. Last one. Alter, wie der da liegt. Der ist hingekniet. Alter, ja. Ja, dieser Reboil, der demnach... In der Walle, ganz wichtig, nicht... Also, einfach nicht in die Camps gehen. Zumal nicht, wenn du irgendwen hast, der auch in die Camps gehen kann, weil irgendwie... Ja, aber das Ding... Ich habe eigentlich so gedacht, ich war so schnell, aber habe es trotzdem wieder gezogen. Bin damit davon gekommen. Also, mit dieses... Die Fallquill. Ja, warte mal, wir sind oben, oder? Ja. Wir sind oben. Kids. Und, was mache ich jetzt? Ich mag Welk, aber die Welk ist schon weg, also mir nehme ich weh, egal. Die Frage ist... Ja, die Frage ist was. Den spiele ich jetzt. Frost. Ganz ehrlich, Frost geht immer. Sie hat eine Shotgun. Mach mal deine Frost vorne bei diesen Fenstern und dann mal ein Bubba drüber. Ähm, bei welchem meinst du? Mainfenster? Also Big Window? Mainfenster. Hätte ich sowieso mit zwei hingeklatscht, der ist eigentlich... Oh, jetzt haben wir doch keine Wald. Jetzt haben wir... Das ist weg. Toll, ja egal. Passt auch. Hallo? Und... So. Ähm... Ne, meine Idee hinter Frost zu bringen, ist einfach jetzt hier... Die hat... Die Salz-Check-Waffe. Sie hat ein Schild. Sie hat eine, ähm... Vernünftige Waffe. Sie hat eine Shotgun. Fertig. Das war die Idee hinter Frost jetzt hier. War nichts, die verhintersteckend ist. Einmal nur Shotgun, ähm... Und... Naja, Schild. Haben wir noch irgendwo... Oh, warte mal. Die ist mies hier vorne. Läuft. Komm mal da auf. Willst du da aufmachen? Wo? Bei 5? Bei 5? Ähm, 5. Da hinten. Und da ist die Reinforce. Wache, sorry. Doc, I'll sink. Jäger nicht, hier. Willst du mir steh? Alter. Inge, inge. Dafür ist dann eine Shotgun auch gut. Einmal ein Loch reinmachen und dann passt das. Ja. Und ich hab meine ADS, das ist nicht pläßig. Wartet mal. Funktioniert der Spot hier noch? Ich hab meine ADS, das ist nicht pläßig. Funktioniert der Spot noch? Ne. ok ja main window offen glaube ich oder was war das das aufgeräum ist also nie das war hier unten das war hier das war der boden nein mein lieblich doch mein lieblingsspot funktioniert ja pink zwei hallo dass mich hier wieder rauf und wo unter den fenstern bei dem also bei ja gut jetzt habe ich ein problem alter dieser drecks jackal mann ich kann verstehen warum man die band da war trotzdem ja aber das ding war ich glaube hätten viel mehr machen sollen weil ich hab ja das hätte geholfen aber passiert aber manchmal maestro wäre vielleicht interessant ja doch maestro wenn sonst haben wir noch irgendwas interessantes was man machen kann loadout sind noch am start die haben wir ausnahmsweise nicht so ein bug dass sich das zurücksetzt ok was kommt von ihm jetzt ein jäger ja gut ne meine idee eben wäre eigentlich gewesen dass ich die deine forstp reinlocke dann hätten wir da ein problem weniger gehabt auf jeden fall aber naja ihr seht ja hat nicht ganz so gut geklappt durch den deckel passiert halt leider ich habe so meine spots riesenstreik geheim natürlich classified classified ja niemand darf sie hier erfahren genau so sieht es aus was ist hier eigentlich alter wie viele drohnen fahren denn hier im kreis rum da und wo kann die andere maestro fern denn das ist immer mein problem ich weiß nicht wo ich die andere maestro fern hier hin platzen soll so kommen das geht doch hier garantiert oder dann könnte ich die da hoch klatschen und ich versuche jetzt mal nicht hier hoch zu kommen weil ich mache einfach nur mit dem maestro fern hier oben hin ist die gut die ist gut ja interessant ich glaube jemand ist weiß dass ja jemand ist weiß dann war ich ja gerade richtig hier ist auch so ein schöner spot weil hier keiner mit der rechnen haben wir irgendwas interessantes ja hier ich halte mal ein bisschen cams hier draußen ist immer noch einer warte weil du gehst in einen weg weg von jemand anders hat meine drohne übernommen ja nee ich war in einer drohne drin deswegen kann also erlebende spieler immer vorrang über toten ja natürlich nee die sache ist halt das war gerade eben gut gemacht eigentlich wir haben ziemlich wenig zugelassen sind überhaupt wirklich reingekommen die sind nicht reingekommen also die sind immer wieder durch weiß gekommen drei leichen oder so packen spiel ich mal solchen monty mitnehmen wobei ich möchte auch gerne wenn er aufbekommen ich ne monty mit ja wir haben wir haben es also deswegen ja ich wollte sagen den back ist am einfachsten und du kannst ja mit back auch alles aufkriegen was du mit dem ace aufkriegen würdest theoretisch wir könnten ein smoke plant versuchen je nachdem wo sie sind warte mal könnten die kitchen sein auch oder sind die einfach straight oben straight oben glaube ich ja die sind oben top floor die frage ist halt nur wo gehen wir rein big tower gehen wir rein oder big tower und dann hinten rein durch attic oder lass aber nach möglichkeit den ace aufmachen wenn der bei uns mit kommt alles gut ich habe unten meine drohne stehen also wir sind da eigentlich ganz gut gecovert die wand geht auf egal wie also wir kriegen die auf die frage ist was die hinterhaben das ist egal das ist so egal weil die waren da drunter so also der boden ja stimmt ja der boden ist hofter war was ja du kannst einfach durch sein weil du bei dir selbst der safe ich check mal das ist alles safe kann ich kann das 11 aufkriegen ja was sagen der ist muss das auch machen ja wir wurden gespottet da oben ist halt eine welt und weil er da oben an der linke ding singe weg camp eine lampe oder da und ping oder da da nice hier vorne und ping arunia und ping ping 2 ja hier direkt klaus hinter dem schrank sitzt wer die haben aber nix mehr kommen da nicht rein kommen da nicht rein das hast du gesagt als ich schon space gedrückt ja belastend ich muss halt irgendwas machen ja natürlich hat er mich so getroffen ok halten fest monty ist eine scheißidee ich sage doch allein kann ja alleine hat er keine ja okay zu zweit geht es auch schon noch mit monty aber schwierig sagen wir so warte mal die haben oben gewonnen das heißt die gehen jetzt runter die hibana haben wir schon weil kannst du irgendwas mitnehmen was auf ja kannst du ach so ja okay dann ist belastend ne dann bleib ibaner dann bleib ibaner wenn du ibaner bist das ist okay und du gehst die hedges aufmachen oder ja okay ich versuche hinten über construction rein zu kommen vier vier die im explosion radios auf dieser hedge sind machen sie ja auch zu bitte bitte machen sie nicht unsere taktik ja mann nice mann die haben da auch zu oh mann sie haben bandit das könnte kritisch werden ja ich brauche auf jeden fall jemanden der da hinkommt weil hast du beat charges mit ja dann musst du mir einen gefallen tut gleich ja zeige ich dir gleich du musst den boden aufmachen ist egal wo obwohl ne der floh ist ja okay das könnte riskanter werden als ich dachte soll ich jetzt die hedge oben aufmachen oder nicht ja natürlich ich hätte das immer aufmachen ja dann hoffe ich dass ich nix braun fliegt werde ich habe nur einen schuss im ding ja okay das wird nix ja weil ich komme jetzt ich komme mit dir hallo du bist dahinten rein ja ich weiß ich kann alles aufmachen aber so viel kann die open die hedge sitzen da zu in den forst ist da jemand die lobby ah ne das ist ein teammate ja ja wir haben halt nirgends flying cams finden also die gucken die gucken alle gegen die wand die machen halt gar nichts ja die sagst kann ich meine wieder bewegen hollol die haben die mutil jammer weggemacht ok easy das ist ein welcome ich habe es gesehen lol ja vor einem bunker da sind wir weg erzählt ja ich versuche visa runter zu gehen glaube ich warte ist hier unten schon wer ich höre jemanden lobbystärs lobbystärs also mensters meister ich höre jemand mit dem handy die ganze zeit ok dann kommt hier mal ganz kurz ne claim ich weiß die steht recht scheiße aber muss passen ok perfekte wie haben wir gewonnen niemand weiß es aber ich habe gar nicht mal mitbekommen dass leute sterben ich auch nicht ja wollen wir doch nicht mal in den killcam was zum teufel ist da passiert ja gut interessant ja gut jetzt gehen sie wahrscheinlich wieder runter weil du kannst doch bestimmt sowas wie um ne twitch mitnehmen oder perfekt noch besser wäre natürlich ne kali aber die kannst du nicht spielen oder ja schade ja perfekt doppelt hält besser hallo ich spawne auf der falschen seite ich spawne auf der falschen seite ich weiß es nicht das kannst du nicht voll zu construction alter ja ne ich will wenn sie unten sind die wand da hinten aufkriegen wo ich immer mit meinem smoke insetze wie heißt die wand da eigentlich kann auch wir haben mozzi virtual mozzi und deren im basement ok belastend ja alles gut du hast ja deine drone safe ja das heißt ich weiß schon mal welche drone ich tasern würde der mozzi weiß gar nicht was er noch hat ich glaube der lässt sie einfach stehen wenn wir glück haben der weiß dass er einen hat du kriegst doch ne fette benachrichtigung ja ich weiß aber dann vergisst du sie einfach ja eine webcam ist im bunker ich weiß halbwegs wo das hilft ja dann haben die mute warte mal kurz ich wollte grad sagen geh rein oben rechts ist ne ähm erdingsdrohne ähm ne webcam oben rechts oben rechts irgendwo ja oh scheiße aber der die haben auf jeden fall ja der typ hat hits gekriegt der eine typ der da hinten war hat hits gekriegt ja das war das war ein das war ein ähm wie heißt das alter ist jetzt so ein komischer bug dass du teilweise einfach nicht pingen kannst ja das ist irgendwie voll cool oh fuck hier ist alles soft ok ich verpiss mich da auch mal wieder wieso willkommen ich verstehe nicht warum ich eigentlich diese drohne setze die äh leer ist oh gott hm oh mein gott beinahe hätte ich in meine mozitrone in meine in meine wo ist das moziteil äh eigentlich direkt da wo der guu mein ist da genau da das ding ist einfach leer ich muss einfach das ding muss rechargen ähm äh witzel ist wofping der ist weggegangen der ist wofping der war bei ping aber der ist weg ähm also das steiner gewesen ja der 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 ist schön ist das fake das ist friendly äh der ist in der side der vigil der ist aus irgendeinem bus dream mit äh ja ah fuck die drohne ist weg belastend ich hab schon wieder das gefühl wir machen hier nichts ähm ja ich versuch zu freezer rum zu gehen zur nomad mit da haben wir gleich mehr chancen ja er ist zu drehen ne äh somone ist on ping äh witzel ist on ping mach hier mal auf äh äh lässt mich witzel sein ja ok perfekt wir haben gewonnen ja passt das ist doch ne schöne runde gewesen alter wie ist denn diese kleine scheiße war welcher der mini rum zwischen den sides ja keine ahnung nennen einfach kleiner scheißraum ok ganz ehrlich das frage ich mich auch immer diese kleinen räume aber naja wie sieht es eigentlich aus diese runde ach ich hab überhaupt nichts geleistet alter belastend wie immer ja wie immer einfach wirklich wie immer weil ich meistens einfach irgendwo hinten mich halte und irgendwo erst support bleibe aber egal kommt das alpha pack jetzt hier nein natürlich nicht battle pass habe ich natürlich auch hier und ich würde mal sagen ich hoffe euch hat das video gefallen wir sehen uns dann nächste woche zu einem weiteren ramble succeed video wieder oder vielleicht schon ein bisschen früher für ein anderes video je nachdem was ihr bei mir alle schaut oder schauen möchtet und ich würde mal sagen bis zum nächsten mal und tschau vielen dank dass du bis zum schluss dran geblieben bist oben rechts siehst du jetzt die passende playlist zu diesem projekt unten links hat youtube ein video passend für dich bereitgestellt wenn dir meine videos gefallen kannst du mich gerne unterstützen indem du einen daumen nach oben da lässt oder den kanal abonnierst und die glocke aktivierst um immer über neue videos informiert zu werden bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal